Die Partnerhandwerker-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Bei Autodienst Bartling in Rosengarten werden neueste Technologien und innovative Lösungen miteinander kombiniert. Als Checkpoint-Stützpunkt von Hella Gutmann kümmert sich das Unternehmen um Kamera- und Sensorkalibrierungen sowie um die Überprüfung und Einstellung von Scheinwerfern bei ihrem Fahrzeug. Auch Systemdiagnosen, Elektronikchecks sowie die Aufschaltung neuer Software werden kompetent durchgeführt. Egal ob Gewerbe oder Privatkunde, profitieren Sie vom umfangreichen Know-how, wenn es um Achsvermessungen, Karosseriearbeiten und Klimaservice geht. Darüber hinaus fungiert der Betrieb als TÜV-Annahmestelle und steht Ihnen bei Unfällen zur Seite. Die freie Markenwerkstatt ist unabhängig und kann alle beliebigen Modelle reparieren. Inhaber Mario Bartling und sein Team überzeugen sowohl durch eine faire Beratung als auch durch angemessene Preise. Autodienst Bartling – empfohlen von der Partnerhandwerker-Redaktion. untertitelung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.